Wisst ihr, wie oft man mir die Frage stellt, hey Digga, wieso steigerst du dich da so rein in diese Politik-Sache und alles? Und ja, du kannst es doch eh nicht ändern. Warum lebst du nicht einfach dein Leben? Ja, ich sage euch warum. Also, mal wieder ein Beispiel aus der Praxis. Gestern gehe ich mit meiner Familie ins Schwimmbad, ja, bestehend aus Frau und zwei Kindern. Meine Kinder sind sieben, Sohn und drei, Tochter. Lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe rein, ich habe eine Lappen an, ja, eine Stofflappe. Und sofort an der Kasse wurde ich von der freundlichen Dame erinnert, ja, dieser Stofflappen reicht ja nicht aus, wir brauchen ja eine besondere Punkt, 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 okay? Und dieser kostet dann drei Euro im Laden und ich, nee, da gehe ich ja dann lieber wieder raus ins Auto und hole mir die entsprechende Punkt, Punkt, Punkt. Schau da noch rüber, ein Badegast, der an der Kasse steht und Badegäste müssen ja keine Lappen tragen, er hat keine an. Und ich so zu ihr, hm, komisch, also, ich trage wenigstens einen Lappen und er hat keine an und sie dann, ja, aber er muss ja auch keine tragen. Und ich dann, okay, geht es hier um jetzt den Sinn dahinter oder geht es um das Gehorsamsein und die Regeln befolgen? Also, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich noch freundlich, weil ich will ja nicht anecken und ich will ja rein, ich habe es meinen Kindern versprochen, weil sie ja schon ihren Papa kennen, dass er war, wegen dem Thema öfter ausrastet und einfach den Sinn verstehen will dahinter, weil sie hat es ernst gemeint. Nochmal so, ein Badegast, zwei Meter von mir entfernt, kein Lappen an, sie bedient ihn im gleichen Abstand wie mich, ich mit Stofflappen wenigstens. Ich gehe dann raus ins Auto, hole mir die entsprechende Punkt, 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 die man tragen muss. Also, ihr merkt, es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Mein Sohn, er hat eine Befreiung, habe ich ihm gleich abgecheckt, ja, und die gilt ja in dem Haus auch nicht, denn es wird ja vom Hausrecht Gebrauch gemacht und da sind dann solche Zertifikate oder solche Atteste dann irrelevant. Also, die werden dann einfach nicht anerkannt, auch wenn sie von einem Arzt ausgeschrieben werden. Aber wen interessiert das denn im besten Deutschland aller Zeiten? Hier geht es ja wohlgemerkt um unsere Gesundheit und wenn der Arzt sagt, dass man gegen diesen Lappen allergisch ist, ist es egal, man muss ihn trotzdem tragen. Okay, auf jeden Fall hat man ihm oder mir nicht mal geglaubt, dass er ein Schulkind ist, weil er keinen Test hatte, aber er muss sich ja jeden Tag in der Schule testen lassen. Also, warum sollte er sich dann mittags nochmal testen lassen? Und er bekommt ja dieses Testergebnis nicht mit. Also, lange Rede, kurzer Sinn und sie wollte ihn dann rausschicken, dass er nochmal einen Test macht und ich habe gesagt, nein, mit Sicherheit nicht. Er ist in der Schule bereits getestet worden. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass er die Namen von den Lehrern auferzählt und dass er die Schule sagt, also wie sie heißt und in welche Klasse er geht, dass man ihm Glauben schenkt. Ich meine, Leute, wir reden jetzt hier von circa 10 Minuten, wo diese Scheiße gedauert hat. Und da fragt ihr mich dann allen Ernstes, warum ich mich mit diesem Thema befasse. Und ich bin mir ziemlich sicher, jetzt mal abgesehen davon, dass ich natürlich immer ein bisschen anecke, aber euch betrifft es doch auch, oder nicht? Also, wie viel Energie verschwendet ihr wegen dieser Scheiße? Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr jetzt genauso wie noch vor 2020 normal durchs Leben lauft. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das glaube ich euch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn es so ist, sorry, bei aller Liebe, dann läuft bei euch auch irgendetwas schief, denn das ist keine normale Normalität. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Also, ich empfinde das nicht als normal. Und nochmal, als kleiner Side-Fact. Mein kleiner Sohn mit sieben Jahren, er kann immer noch nicht richtig schwimmen. Ja, wie soll er das dann auch können, Mann? Er durfte Jahre, also beziehungsweise jetzt monatelang nicht ins Schwimmbad gehen. Wie soll er schwimmen lernen? Ich habe leider keine Swimmingpool, wie vielleicht ein Politiker, der sich das leisten kann. Ich kann es mir noch nicht leisten. Und ich weiß es nicht, Leute. Also, mit sieben Jahren, ich konnte da schwimmen. Und ihm ist das auch ein bisschen peinlich. Und jetzt dürfen wir ja wieder ins Schwimmbad gehen mit den Tests und alles. Aber wie lange noch? Weil im Oktober geht es dann wieder weiter mit der nächsten Welle, mit einer Pflicht, die jetzt bald beschlossen wird, diese Woche. Und jetzt nochmal die Frage an euch. Wie kann ich ruhig bleiben mit zwei Kindern und dieser ganzen Scheiße, die uns tagtäglich betrifft und mit der wir tagtäglich konfrontiert werden? Bei aller Liebe, Respekt an euch, wenn ihr das schafft. Ich schaffe es nicht. Und es sollten noch viel mehrere Leute ausrasten wie ich, dass diese Scheiße endlich mal aufhört. Weil, nochmal, in keinem anderen Land geht es so ab wie in Deutschland. Aber keiner macht sich Gedanken darüber. Komisch. Vielen Dank.